Herzlich Willkommen in der Privatklinik Bethanien. Für Sie und Ihren Nachwuchs bietet die Familienabteilung alles, was Sie brauchen für einen optimalen Start in den neuen Lebensabschnitt. In allen Aspekten, die Sie sich wünschen, betreut von einem hochkompetenten Team und das alles mit Hotelkomfort. Wir haben jetzt das Privileg für einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ich nehme Sie mit auf einen Rundgang. Kommen Sie mit! Das ist Rebecca Fritsche, Hebamme hier auf der Familienabteilung. Frau Fritsche, Vorbereitung ist ja alles im Leben. Wie bereiten wir sich hier auf Geburt vor? Wir bieten den Frauen einen Geburtsvorbereitungskurs an, jeweils am Wochenende. Und der findet entweder in Deutsch oder in Englisch statt. Und ab wann kann ich so einen Kurs? Es macht Sinn, den Kurs zwischen der 26. und 34. Schwangerschaftswoche zu besuchen. Also, dann gehen wir mal ins Behandlungszimmer. Frau Fritsche, Sie bieten auch Akupunktur an, oder? Wir bieten eine Akupunktursprechstunde an vor der Geburt. Einmal in der Woche findet sie statt. Und wir lindern dort Schwangerschaftsbeschwerden bei den Frauen und vorbereiten sie auf Geburt. Haben denn die Schwangeren schon vorher Kontakt mit den Hebammen? Uns ist der persönliche Kontakt sehr wichtig mit den Frauen vor der Geburt. Und darum bieten wir allen Frauen, die bei uns zur Geburt angemeldet sind, ein Hebammengespräch an. Danke vielmals, Frau Fritsche.